Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's, euer Adrit und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen New World Video eingeschaltet habt. Ihr seht's, mir geht's wie den Meisen von euch auch. Ich bin in den Warteschlangen schon seit zweieinhalb Stunden, damit ich heute Abend zocken kann. Aber ich habe eine kleine Aufnahme für euch vorbereitet. Normalerweise liebe ich es ja, das Ganze live aufzunehmen, ohne Skript oder sonst irgendwas. Das geskriptet habe ich auch nicht, ihr wisst ja, sondern es geht mir darum, dass ich Material zur Verfügung habe, um euch weiter mit Content versorgen zu können. Der Dungeon-Crime ist extrem krass. Ja, ihr seht es ja in der Thumbnail. Wir haben über 20.000 XP pro Stunde, sind möglich. Und das Ganze verifiziert mit Daten und Fakten und noch so ein kleiner Guide für den Dungeon, alles in diesem Video. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Würde mich natürlich freuen über euren Support. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Wir starten mit einer Aufnahme aus dem Stream. Der Dungeon ist im Windkreis Stufe 1 bis 25 hier in diesem Gebiet. Und zwar heißt der Gute am Rhein. Ihr müsst die Hauptquest verfolgen, damit ihr hier den Zugang bekommt, wenn ihr den Start bekommt. Und da kann ich euch nur sagen, nutzt den Zugang einmalig, aber dann joint ihr im Moment den ganzen Gruppen. Denn im Moment laufen so viele Leute diesen Dungeon und wird auch beim nächsten Dungeon sein, beim 35er, ja, dass ihr auf jeden Fall euch nur einmal den Zugang über die Hauptquest craftet und dann immer in den Gruppen mitgeht, weil der Craft von diesem Zugang ist extrem teuer und dann kommt ihr nicht in den Grind rein. Das bedeutet, macht euch wirklich einen Tag aus, wo ihr sagt, okay, jetzt join ich den ganzen Gruppen oder immer wieder, wenn irgendwelche Gruppen Highlight tanken oder DD suchen, geht da rein, Leute. Ich zeige euch auch auf Zahlenbasis warum. Aber ganz wichtig am Rhein, ihr könnt da schon mit 23, 22 rein. Ich würde so schnell wie möglich die Hauptquest forcen und dann hier auf jeden Fall grinden. Ganz wichtig ist auch, sammelt auf jeden Fall die Nebenquest ein und zwar die findet ihr hier bei dem Hund. Die gibt euch 4995 XP, glaube ich, ja, lasst es nicht um plus minus 5 XP, lasst mich da nicht lügen und die immer wieder einsammeln. Da müsst ihr 5 Knochen sammeln, das zeige ich euch aber gleich in dem Video von dem Trash und das gibt wirklich viel XP. Plus im Windkreis würde ich euch empfehlen, den ortsabhängigen XP-Bonus zu boosten, ja. Ihr bekommt ja immer diesen Bonus, der ortsabhängig ist, schneller sammeln, weniger steuern oder XP-Boost. Im Windkreis nimmt auf jeden Fall den XP-Boost, denn überall wo die Dungeons sind, ist das zu empfehlen an dieser Stelle. Ein kleiner Insider, wie immer hier auf diesem Kanal bei meinen Videos. Und jetzt spulen wir gerade zurück auf Sekunde 7. Da seht ihr, wir befinden uns am Anfang von Dungeon auf 390.444 Gesamt-EP und 8.565,81 Gold. Fast keine Items im Inventar. Ja, das ist ein ganz wichtiger Zustand, aber die Zahlen werden wir gleich auch nochmal aufschlüsseln. Und jetzt scrollen wir ein bisschen vor, wie wir in den Dungeon gehen. Ja, ich bin da absolut mit einer Random-Gruppe drin. Der einzige Kollege, der dabei ist, ist der Manni, mein Personal Healer und Kollege. Ja, und Manni war bei dem Zeitpunkt, vielleicht kennt ihn der ein oder andere auch aus den Streams oder aus den Bless-Videos. Das Team Manni, er ist ja bekannt im Stream und hier ist es so, dass wir, also ich war mit 31 einer der höchsten im Level und die anderen Kollegen, ich glaube, der Lexi Rock war auch noch 34 und die anderen sind so um die 20 gewesen. Ja, 22, 23 und der Manni 28. So, jetzt ist mir direkt zu Anfang schon das Tank-Amulett gedroppt, ja, und das ist wirklich so, ihr kriegt hier 370er Gear. Ganz wichtig auch, schaut euch an, was ihr farmen könnt, zum Beispiel die Int-Kette für den Magier oder die Tank-Kette oder auch bestimmte Waffen lohnen sich einfach. Ganz wichtig ist auch, dass ihr die Abkürzung kennt. Ich kann euch nur sagen, mit einer guten Stammgruppe schafft ihr den Dungeon in unter 20 Minuten, ja, und da müsst ihr euch überlegen, wie schnell das ist, wie viel Loot man bekommt und wie viel XP man bekommt. Wir nehmen hier die Abkürzung, laufen einfach hier rüber, auch mit dieser Gruppe ohne Tank, das möchte ich dazu sagen, wir waren ohne Tank hier unterwegs, ja, einfach random mit Mages, aber da muss der Damage auch ein bisschen passen und die Leute müssen ein bisschen spielen können. Hat am Ende etwas gedauert an der Stelle, weil die Kollegen, ja, die waren okay, aber da wäre auch noch ein bisschen mehr gegangen, sag ich mal, aber mit einer guten Stammgruppe ist das auf jeden Fall schnell zu erledigen. Und das ganze Ding ist, wie wir es gemacht haben, ist, wir haben uns eine Gruppe gesucht aus einem Tank, einem Heiler und zwei DDs und haben dann immer ein Random DD gesucht mit einem Key. Das bedeutet, wir haben einen Tag lang, oder, ein Tag ist jetzt völlig übertrieben, ja, sonst wäre ich wahrscheinlich noch viel höher im Level gewesen, wir haben zwei, drei Stunden, haben wir Leute einfach durchgezogen, ja. Die haben den Key gebracht und wir konnten dafür in die Ini gehen und die haben einen schnellen Run bekommen an der Stelle, ne, überhaupt kein Problem und das ist auch das Wichtige, ja, Die Leute haben quasi einen Carry bekommen und wir dafür den Key und konnten so super reingrinden. Sammelt euch einfach wirklich eine gute Gruppe zusammen und ladet immer ein DD ein, aber seid auch sofort fair und schreibt das in der Gruppensuche, ja. Suchen DD mit Key, damit das klar ist und das passt dann, ja. Aber im Moment wirklich, nutzt das aus. Es sind gerade die ganzen Leute an der Schwelle oder wollen auch bestimmtes Gear hier fahren, nutzt das einfach gerade aus und versucht Leute, die gerade die Hauptfest soweit haben, mitzuziehen oder zusammen zu spielen. Außerdem lernt man auch noch eine Menge neuer Leute kennen. So, jetzt gehen wir hier durch, ich spule wieder ein bisschen vor, ja, bis zum ersten Boss. Ganz wichtig ist hier auch die Stelle, hier springe ich immer runter an der Seite und ernte quasi das Silber, hol mir das Silber, weil das zählt natürlich auch die Rohstoffe, die ihr hier drin bekommt, ja. Die sind natürlich auch wichtig, hier könnt ihr einmal das Silber looten, sehr, sehr gut und da hinten ist auch die Kresse und unter dem Wasserfall ist ja die Elite-Truhe, mittlerweile ist das aber auch bekannt. Ich lasse das mal gerade laufen, dann sieht man das sehr gut, ja, diese Truhe hier an der Stelle meine ich, da wo der Manni gerade dran ist, da unter dem Wasserfall. So, dann läuft man wieder hier die Treppe hoch, ja, und dann geht es weiter. Hier, die sind wichtig, das ist der Knochen, ja, ihr seht auch hier, habe ich das markiert, ähm, das müsste folgende Quest sein, genau Knochen für Schnarchimedes, besiege Zerstörer der Sternausgrabung. Und erhalte die fünf Knochen hier, so, und das ist der Knochen, den ihr sammelt, also nie die dicken verpassen hier an der Stelle, sondern immer schön die Knochen einsammeln. Wir callen das auch immer im Discord, jetzt haben wir, damit das auch wirklich keiner verpasst, weil das ist extrem ärgerlich und das ist einer der wichtigsten Sachen für den krassen XP-Grind, denn die Quest ist wiederholbar. Das bedeutet, jedes Mal bekommt ihr die fast 5000 XP, je nachdem, wie euer Bonus ist, bekommt ihr auch über 5000 XP für diese Subquest. Hier ist auch noch ein Erz, das ihr abfarmen könnt, äh, so wie ich das jetzt hier immer mache. Ich bin schon immer bereit, ja, zum Grinden, äh, die Seelenzange auf jeden Fall auch mitnehmen an der Stelle und dann geht das weiter. In der Stammgruppe würde ich jetzt schon an den linken Stein gehen und würde hier schon anfangen, ähm, meinen AOE zu setzen und dann, äh, würde ich schon hingehen und würde hier, ähm, das Ding hier aktivieren mit dem Stab, die Übersetzung, damit das Ganze noch schneller geht, aber hier muss ich, ähm, als Haupt-DDler, äh, muss ich doch hier, äh, Damage setzen, damit das hier etwas vorangeht, ja. Ganz wild, äh, war, war der Run, das zeige ich euch gleich, äh, warum. Ich spule jetzt hier wieder ein bisschen vor zu der Stelle, ähm, hier ist es so, dass ihr quasi das Ding aufmachen müsst und dann seid ihr ja kurz vor dem ersten Boss. Hier bin ich runtergefallen, äh, so, da haben die Kollegen auf mich gewartet. Und auch die ganzen Elite-Mobs, ne, ihr grindet auch extrem viel Waffenlevel an der Stelle und, ähm, extrem viel XP über die, ähm, einzelnen Mobs. Und auch ganz wichtig ist, ihr müsst erst reparieren, wenn das Item wirklich komplett zerbrochen ist, ja. Wenn hier die rote Anzeige ist, da kriegt ihr noch keinen Malus auf dem Gear. Hier ist mir auch noch das Tank-Schwert zwischendurch getroppt, zwei 370er-Items einfach so und ihr seht jetzt schon, wie voll mein Inventar ist in den ersten paar Metern. Hier die nächste Elite-Truhe, beziehungsweise das nächste Vorratslager an der Stelle und, äh, natürlich auch hier mitnehmen. Ganz wichtig, weil hier droppen auch die ganzen Edelsteine, ja. Ähm, sehr, sehr viele epische Edelsteine habe ich hier schon mitnehmen können. So, spulen wir noch ein bisschen vor. Hier müssen wir die drei Platten auslösen, ja, damit sich die Tür öffnet. Hier, den nehme ich mir immer, ähm, oben rechts und links muss einer hin und dann, äh, äh, keite ich den immer schon mal rüber, weil die anderen dann den Geist rüber pullen. Und, ähm, dann, äh, versammeln wir uns hier an der Stelle, weil das einfach am effektivsten ist, wenn der Geist hier rüber gepult wird, weil wir müssen weiter gerade auslaufen. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, hier schnell quasi das Ganze zu machen, indem man den Geist hier rüber pullt, um dann direkt hier weitermachen zu können. Hier wieder den Knochen einsammeln, ganz wichtig, das ist dann der zweite Knochen und dann hier der Geist, der kommt auf der anderen Seite, wenn man diese drei Platten erledigt hat und oben sich die Brücke bildet. So, dann macht man den Geist platt, eigentlich kann man sich auch in der Mitte treffen, ähm, genau nicht darüber, was ich gesagt habe, sondern wir müssen uns ja in der Mitte treffen erstmal, um die Brücke hoch zu gehen. Und, ähm, nicht hier hinten, sondern ihr zieht beide eigentlich in die Mitte, das wäre richtig, um dann oben über die Brücke zu gehen. Ja, ähm, dann habt ihr euch einen Weg gespart, wenn ihr die hier vor die Treppe zieht, nicht hinten hin. War gerade selbst verwirrt bei dieser, äh, Gruppe. So, und dann geht es weiter hier, ähm, ihr macht einfach den Trash weg, das skippen wir jetzt, ja, sammelt den Knochen ein. Wichtig ist nur, der, hier der Flügeltyp, der kann explodieren, ja, dodge da weg an der Stelle, das ist wichtig, weil sonst kriegt ihr zu viel Schaden und dann sammelt ihr hier wieder den Knochen ein. Und dann geht es weiter, ähm, klirrt den Raum vor dem Geist, es reicht, wenn einer die Kerze einsammelt vorher und, ähm, macht ihr alles platt und dann kommen wir auch schon zum ersten Boss, zu dem Geist. Der ist eigentlich relativ einfach und das war ganz lustig hier, äh, der Kollege Mage, ähm, der Lexi hat mit dem Feuerstab auf den Mob eingeprügelt, ne. Und das ist ganz wichtig, hier oben stehen die Resistenzen und der hatte Feuerresistenz, ja, und der prügelt die ganze Zeit mit dem Feuerstab da drauf. Ich glaube, das habe ich auch im Fight geschrieben, ähm, als ich das, äh, gesehen hatte, dass, äh, der die ganze Zeit, ich dachte, was macht der denn da, braucht der Mana oder was, aber das kann eigentlich nicht sein, ja. Und, äh, dann, äh, keine Ahnung, ähm, dachte ich mir so, nachdem der das durchgezogen hat die ganze Zeit, dachte ich mir so, call ich das mal, ja, das hat natürlich, sowas ist natürlich wichtig. Achtet bitte auf die Resistenzen der Bosse beziehungsweise der Mobs, ja. Ja, ich habe hier mal kurz den Feuerstab verwendet, um, äh, Mana zu reggen und hier seht ihr, der Lexi, der ballert da weiter mit dem Feuerstab drauf und der Damage ist halt krass. Ne, ich habe sogar den Feuerstab gezogen, um den Stream das zu zeigen, wie der Unterschied das, äh, wie der Unterschied ist, ähm, wenn ihr da mit dem Feuerstab draufknallt, nämlich echt extrem. Ich glaube, ich mache das gleich nochmal, ähm, um das zu demonstrieren und, äh, ich glaube, ich, äh, habe dem das nach dem Fight geschrieben, ne. Hier müsst ihr raus aus dieser, aus dieser Zone, das ist das Einzige, was der kann, ja, und er macht irgendwann nochmal so einen Ruf, hier, guck, der hat Feuerresi, schreibe ich da unten rein, ja, ähm, weil er halt die ganze Zeit da, äh, draufgecastet hat mit seinem Feuerstab, ne. So, was passiert dann halt bei den Random-Gruppen, aber es war schon spät und, äh, das ist natürlich jedem Spieler dann an dieser Stelle zu verzeihen, wenn man vorher drei Stunden in der Warteschlange verbracht hat. So, jetzt haben wir den Down, gibt wieder extrem viel Loot, ihr holt hinten noch die Elite-Kiste, ja, ähm, könnt ihr vorher machen, könnt ihr nachher machen und hier ist mir, ähm, der Stab gedoppt, den ich sowieso auch spiele, ja, und noch ein bisschen was anderes. Und das ganz Wichtige ist, hier gibt es auch eine Menge Equip, das erst beim Ausrüsten, also Bind-on-Equip, ähm, quasi, ähm, gebunden ist und dann könnt ihr den Stab im AHA verkaufen. Und das mache ich wirklich zu günstigen Preisen, manchmal 10, äh, 15, 20, 40 bis 100 Gold, mehr aber nicht, weil gerade wird sowieso das AHA überschwemmt und sucht euch dann auf jeden Fall ein AHA aus, wo, ähm, wenig von diesem Stuff ist, beziehungsweise könnt ihr auch schon im Anfangsgebieten, ähm, reinstellen, dort, wo ihr meint, ähm, wo ihr es am besten verkauft bekommt. Aber übertreibt nicht mit den Preisen, weil es werden sowieso viele Spieler das Zeug reinstellen, meistens aber zu teuer. Ich stelle das immer sehr günstig rein, weil, äh, 10 Gold ist besser als zerlegen, sag ich jetzt mal, und Kleinvieh macht auch Mist und wenn ihr mal so einen Abend gerannt seid, dann macht das schon so um die, äh, äh, 1000 Gold aus, ja. Neben den, äh, neben den ganzen, äh, Mobs, und das habe ich eben vergessen zu zeigen, ist auch die Bosse geben um die 1000 XP, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ja. Das ist natürlich extrem viel und daher summiert sich das Ganze. Ihr macht also, wie gesagt, eine Menge Gold, ihr kriegt Ressourcen, ihr levelt eure Waffen extrem gut, weil das sind alles Elite-Mobs, ja, und ihr, ähm, kriegt, wie gesagt, auch noch, ähm, eine Menge XP für die Zeit. Das werden wir aber gleich nochmal genau definieren. So, jetzt spule ich wieder hier ein bisschen vor, dann kommen wir zum Endboss, hier ohne Tank. Da habe ich gefragt, ob wir jetzt Kiten oder Full-DPS machen und dann geht's los, ne. Die 5 Knochen haben wir eingesammelt bei den Dicken, niemals vergessen und dann nuken wir den Kollegen einfach dauernd. Ähm, der hat wieder Feuerresistenz, ähm, äh, Lexi, ähm, zieht sein Ding an dem Abend durch, aber ist ja egal. Passiert an, passiert an der Stelle, ähm, und dann, ja, einfach drauf nuken. Ähm, man kann so vorgehen bei dem Boss, entweder kitet man die Ads, ja, das heißt, ähm, ich mach das manchmal oder hab das am Anfang gemacht, wo der Damage noch nicht ganz so hoch war, bin einfach hingegangen, hab mir die 3 Ads geschnappt und hab dann quasi gekitet, weil ich konnte die, äh, Ads nehmen plus ich konnte dann Damage auf den Boss machen. Aber mittlerweile ist der Damage so hoch, dass sie eigentlich in dem AOE von den einzelnen Mitspielern instant fallen, ja. Ich spare mir auch meine AOE-Attacken auf für diesen Zeitpunkt und, äh, ganz wichtig ist auch zwischendurch mal vielleicht eine Mana-Trank kicken als Magier, ähm, ähm, damit ihr immer voll Mana seid. Jetzt seht ihr, hier hab ich meine AOE-Attacke aufgespart, jetzt lege ich hier noch die Eisbarriere hin, falls einer durchläuft, ist er gefreeßt, dann mach ich sowieso mehr Damage an dem, äh, Kritte auch öfter, ähm, kriege dadurch wieder Mana-Reck und so weiter und so fort und, äh, dann wird der Kollege weiter down genugt. So, jetzt spuren wir wieder ein bisschen vor, ähm, weil das ist das Einzige, was der Kampf kann an der Stelle, äh, bis wir den besiegt haben. Auch hier mit der Gruppe um die 25 Minuten gebraucht, also wirklich schnell. So, und jetzt sehen wir hier, wir sind jetzt schon bei 8755 Gold, das sind ungefähr 200 Gold mehr. Ich werde das aber gleich nochmal hier links einblenden, die genauen Zahlen, das mache ich dann im Schnittprogramm und auch hier bei den XP, die möchte ich auch noch zeigen, die kommen ganz am Ende, die, da sieht man das nämlich auch. Und zwar, ähm, glaube ich, gehe ich hier drüber, oder mache ich das Ganze am Ende, mache ich das draußen, genau, wo ich die Quest abgegeben habe. Ja, dann gebt ihr einfach hier die Quest ab. So, zack, ihr seht es hier, 4000, hier sieht man es auch, die Quest gibt in der Base 4920 EP, habe ich ja gesagt, um die 4900. Ich habe aber 5200 bekommen, ne, das liegt an dem Bonus, den ich über den, äh, Ruf bekomme, ihr nehmt die sofort wieder an, diese Quest. Und jetzt fahre ich hier über die XP drüber und jetzt seht ihr, wir sind bei 900, äh, 397.610 EP. Das bedeutet, der Run gibt mir neben den Items, hier, die ihr alle bekommt, neben den Edelsteinen, neben den, äh, Erzen und Ressourcen, gibt ihr mir ungefähr 200 Gold, 7000 XP und, ähm, zusätzlicher Waffenlevelgrind. Ja, und das lohnt sich einfach, ihr macht nirgendwo in New World so schnell 7000 XP unter 20 Minuten mit dem Gold und mit den ganzen Items, die ihr noch bekommt und verkaufen könnt. Ja, ich würde sagen, jeder Run gibt so um die 250 bis 300 Gold, wenn man das alles sellen würde, äh, plus Reparaturteile und halt die, äh, 7000 XP. Aber die genaue Aufschlüsselung, ähm, zeige ich euch dann hier eingeblendet im Schnittprogramm, kann ich das dann einblenden lassen und deswegen, ähm, seht ihr die Zahlen da nochmal ganz genau. Ja, für mich eine der wichtigsten Sachen, der Dungeon Grind lohnt sich definitiv, versucht's mal, grindet mal eine Stunde, sucht euch vier Leute zusammen, mit denen ihr das durchziehen wollt, aus eurer Kompanie oder mit random Leuten, ansonsten joint hier immer Gruppen, wenn ihr seht, ihr habt die Möglichkeit, for free da reinzukommen, denn wenn ihr anfangt, den Schlüssel zu grinden, das dauert wirklich eine Weile, ihr braucht nämlich Verderbnisplitter, ihr braucht, ähm, Partikel und ihr braucht den Meisel, ähm, von eurer, ähm, von eurer Fraktion. Der kostet natürlich auch wieder und deswegen würde ich sagen, versucht wirklich jetzt in diesem Moment, wo viele die Dungeons gehen, den 25er, danach wieder den 35er, den voll reinzukrinden. Leute, es wird sich lohnen, ihr werdet sehen und ihr werdet so easy farmen, in einer Stunde ein Level locker schaffbar. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das war mein Video zu dem Dungeon, zu dem Grind und, ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Leute, bleibt gesund, schaltet auch mal auf Twitch ein, vielleicht sind wir sogar auf dem selben Server und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, guten Loot, happy Grind und bis zum nächsten Mal, bye, euer Adrit, ciao.